Liebe Kunstinteressierte, mein Name ist Gerd Rehme, ich arbeite in meinem Atelier in Travemünd an der Ostsee und ich möchte euch ganz herzlich zur Vernissage der Gruppenausstellung in der Pashmin Art Gallery in Bad Tölz einladen. Sie findet statt am 9. September um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.